Oh man, heute wieder so ein scheiß Feiertag, nichts zum tun, nichts los, ein bisschen CS-Datteln, Deathmatch, aber es ist halt ultra langweilig, kein Plan, was man machen soll. Du weißt nichts mit dir anzufangen? Ja! Dir ist langweilig? Ja! Dann schau doch im Stream vorbei! Was für ein Stream? Twitch.tv slash BUM IMAO LP Was gibt's denn dort? Von CSGO Case Openings und Trade-Ups zu DaisyMod Cool Mega, alter Wow, cool Alter, ich hau mich weg, man, ohne Scheiß, alter Okay Leute, schaut einfach im Stream vorbei, wir lassen es jetzt so scheiß drauf, Alter Ja, man, mega epic, alter, cool So, okay, es war gerade ein bisschen anders geplant, aber ich lasse es jetzt einfach so, weil es einfach enorm cool ist Ja, ab 17 Uhr Jo, ab 17 Uhr, jetzt quasi, wenn ihr das Video schaut, ist es wahrscheinlich schon soweit, schaut im Twitch-Stream vorbei bei uns, wir werden heute richtig Gas geben, bisschen CS wie gesagt, DaisyMod werden wir heute auch mal wieder zocken Und wir dürfen bei allen mit dabei sein Jo, wir werden genau, wir werden viel, viel gemeinsam machen Ja, Cases werden wir ein paar öffnen, ein enorm risky Trade-Up von mir Wieder den Case Hardnet Trade-Up, diesmal hoffentlich erfolgreich Mike wird auch ein Trade-Up vielleicht machen, mal gucken Und ja, wir lassen es auf uns zukommen, schaut rein, wir freuen uns auf euch Und bis dann, ciao Ciao, ciao